Was ist eine LMS? Warum kann es wichtig für Sie sein? Diese Fragen klären wir in diesem Video, aber zuerst einmal herzlich willkommen! LMS steht für Learning Management System. Es ist eine Softwarelösung, die dazu dient, Lernprozesse zu verwalten, zu organisieren und das digitale Lernen zu ermöglichen. Es ist quasi der digitale Campus für E-Learning, auf dem Lerninhalte erstellt, verwaltet und zugänglich gemacht werden. Mit einem LMS können Sie Online-Kurse anbieten, digitale Prüfungen durchführen, Fortschritte verfolgen und vieles mehr. Doch wer profitiert eigentlich von einem LMS? Ganz einfach, wir alle. Unternehmen nutzen es, um Mitarbeiter kontinuierlich Weiterbildung zu ermöglichen, Schulen, Universitäten verwenden es, um den Unterricht zu ergänzen und flexibler zu gestalten und Privatpersonen können es nutzen, um ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf eigene Faust zu erweitern. Jede Zielgruppe hat somit eigene Vorteile durch ein LMS. Unternehmen können ihre Mitarbeiterschulungen optimieren und so Zeit und Kosten sparen. Was früher mit klassischen Schulungen nicht möglich war, sie können Kurse personalisieren, den Lernerfolg in Echtzeit verfolgen und ihre Mitarbeiter auf dem neuesten Stand halten. Schulen und Universitäten können durch die Verwendung vom LMS den Lernprozess individualisieren und das Lernen außerhalb des Klassenzimmers ermöglichen, was zu besseren Lernergebnissen führt. Privatpersonen profitieren von der Flexibilität, dem Zugang zu einer Vielzahl von Kursen und der Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo an einem beliebigen Ort auszulernen. Aber was macht nun ein gutes LMS aus? Es gibt einige Schlüsselfunktionen, die Sie beachten sollten. Dazu gehört die Fähigkeit, verschiedene Arten von Lerninhalten zu unterstützen, wie Videos, Quizze und Diskussionsforen. Ein gutes LMS bietet auch die Möglichkeit zur Interaktion und Zusammenarbeit, um das Lernen ansprechender und effektiver zu gestalten. Fortschritts- und Leistungsträcker sind ebenfalls wichtig, um Lernenden Feedback zu geben und den Erfolg von Kursen zu messen. Und schließlich sollte ein LMS benutzerfreundlich und zugänglich sein, damit jeder davon profitieren kann. Nochmals kurz zusammengefasst, ein LMS ist eine leistungsstarke Lösung, die das Lernen und Lehren an jedem Ort und zu jeder Zeit ermöglicht. Egal, ob Sie ein Unternehmen, eine Bildungseinrichtung oder eine Privatperson sind, ein LMS kann Ihnen dabei helfen, Ihr volles Lernpotenzial auszuschöpfen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Video anzusehen. Wenn Sie mehr über das LMS und wie es Ihnen helfen kann erfahren möchten, besuchen Sie uns auf unserer Webseite oder vereinbaren Sie gleich einen kostenlosen Demo-Termin mit uns. Schauen Sie sich außerdem unser Video zum personalisierten Lernen an und abonnieren Sie unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.